nein okay ich will mit dem ich will mit dem eis spielen ich will eindeutig mit dem eis spielen da der ist lustig jetzt noch und vergiss nicht mehr spielen vielleicht nicht mehr so nur weil ich drum rage ich schieß ich schieß rechts du bist links du fällst trotzdem um also ich nehme sniper 50 mal im kreis ziel nicht mal und trefft dein kopf auf 10.000 km entferne ich stehe aus der karte wer ist jetzt alles für neu drin hier cameo und ich ja ich bin erst ziemlich spät nachgedönt weil ich erst ziemlich spät gerafft habe dass du mir eine einladung geschickt hast und ich habe hier nichts mehr zu trinken jetzt warten wir einfach noch mal hier ehemrau des toten schlosses wusstest du dass du auch dein origen trinken kannst ja ich kann aber ähm wusstest du dass du dein Kot essen kannst aber wenn es die letzten fünf Jahre alt ich weiß nicht mehr ja jetzt warte da fehlt noch einer wo es nie ja ich bin noch am Laden ich habe das spiel so ewig nicht mehr gespielt gilt was hat mich voll auf der Fassung gibt es startet mal noch nicht okay oder seid schon auf der mir habt bestimmt schon geteckt ihr besiegt werde ich nichts tun als die Angreifer er ist der Angreifer warte mal ich als was spiele ich denn alter die F2000 ist eine schöne war für MP7 joha ne danke ok oh fuck wie funktioniert das spiel ich kann nicht mal laufen wer ist der du Hurensohn oh es geht wieder ne ich hatte gerade einen Wack ey warum ist die Maus so schnell wer hat die so schnell eingestellt der hat doch gar nicht in der letzten zeit gezeigt warum rennen wir eigentlich hier so blöd durch die Gegend hallo um mich ist noch überhaupt noch niemand der Achtmann ihr dürft auch noch nicht angreifen okay bei dem Bereich an wie kann was kannst du nochmals sagen bitte wenig angreifen um an ein ich bin nicht und leiser wie der Rest habe ich das Gefühl ihr Schweine ey er hat ich habe ihn nur mit Granaten beworfen ich hab so wenig Platz ha 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 das muss zwei durch etwas aus Erfassung gebracht so etwas muss man auch ja eigentlich dann ich hab keine Ahnung ist das eigentlich unser ja das ist ein Greifereinsatz ok dann müsstet ihr da hinten sparen da ist einer da muss halt einer verteidigen ne ey warum kann ich die nicht aufspringen NAAAIN Fangen wir wirklich schon an ja ok ne ne das ist einfach nur warm spielen bis gleich wechsel ist weil ja schon weil wir haben hier schon mal von angefangenen Map gespielt eigentlich fängt man hier hinten an ähm halt wir müssen vom Schiff kommen total ungemütlich hier zu sitzen ich brauche mein Zuhause nein 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 du befriedigst dich nicht an mir blablabla Mr Freeman blablabla Mr Freeman blablabla Mr Freeman blablabla Mr Freeman ich hab 100 HP obwohl ich nichts getan habe ja warum nur A und wo ist B ja gell ist das Quad ach ja stimmt oh ja äh trotzdem ne ich hab trotzdem zwei ja immerhin ne ey guck mal da hinten läuft einer ja genau da guck mal ein Squadsborn bei mir warum sind wir drei Leute irgendjemand ist uns nachgedehnt ja irgendein Bombastik lasst uns versuchen auf eine Seite zu kommen wenn da jetzt noch welche reinkommen hat zu machen er hat nur den einen wir hassen ihn alle ey lass mich raten ihr kennt im Haus ihr seid nämlich so cool oh guck mal ich hab schon eigentlich gesehen Gary ich seh' dich AQ ja guck mal wo den oh C4 ihr Wichser die größte Noob Taktik Ende war ich weiß wo er sitzt hehehe ich hab ein Brötchen schon wieder hey ich hab dich nur einmal du hast mich vorhin schon getötet als ich entschärft habe ne ne das war der Addo warum habt ihr gleich Waffen hui guck mal noch ein Kill oh das war der G sogar hui guck mal ich hab Medikin hab die das schon mal gesehen ja wie so plantet denn niemand ne das war ja wir sind sogar zu dritt das war ja Wir müssen uns einfach durch den anderen Server suchen wieder Oder halt, wechseln Headshot, M14 Ich bin zu langsam, guck Wir sind so klasse Uhhh Menno AAAAAAA Aber ich hab dich noch scharf gemacht Auch wenn er mich dafür gekriegt hat Das ist mir egal, der Toilett ist schärft Wie kann ich mir Skills einsetzen, man? Ich weiß gar nicht wie's funktioniert Es gibt hier keine Skills, ihr Vollloops Nein, er hat mich sogar gekriegt Ich hab einfach angestiegen Mit einem Schuss Ja, ich war auch fast tot Haha, mit einem Schuss Jaaa Das wird bloß nicht so arg aus, ey Ey, da ist er Ey, da hat er beide sogar Der Chi Nee, mich hat der... Andere voll Spack Ähm, Chi kann schon mal wechseln Ja, defuse the charge Ja, wenn ich sterbe, okay Haaa, bitch please Oder Mietbrötchen Oder Mietbrötchen Äh, Mietbrötchen, Boss Mietbrötchen, Boss Jaaa Ach shit Aber Moment, ich muss meine Maus erstellen so jetzt Kennst nicht zufällig... Ey, ich weiß nicht, ist das Boss mit Null geschrieben oder mit O? Mit Null Du kennst nicht zufällig Adapha, ne? Doch Kenn ich Never Du kennst Tim Ich weiß nicht, wie der echt heißt Jaaa, jedenfalls ist ein Freund von mir Cool, cool Ich habe Mietbrötchen Du zeigst mich viel zu offen Echt mal, ey, geh mal lieber so in die Taktik so von hinten, weißt du so Ey, die Gäste... Bin ich schwul oder was? Warte, 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 dich reingehen Ey, da liegt er doch, aber ich treffe ihn nicht NEIN Damals spielst du mit uns verstecken? Oder fährst du so grad mit deinem komischen Ding rum? Nee Ich bin gar nicht Ding, ähm, wie heißt das? Nein, nein Oh, du verfick dein Nuttensohn Die wechsel jetzt, ne? Oh Aaaaaaah Oh, ich weiß wo, ich weiß wo, ich weiß wo, uuuuuh Zeit für GANZ, Riese Geschütze Aaaaaaah Erschreck mich doch nicht so, Mann Äh, hehehe Oh, guck mal, da habe ich den Nix Und da ist noch einer Oh, den habe ich auch noch Sprick eliminiert Uuuuuh Hey, ich habe eine neue Spezialisierung, die entdeckt, bin ich lieber ab? Was ist jetzt los? Hahaha Nein, ich weiß ich Ich habe vorhin auch auf Einzelschuss umgeschaltet, als meine Maus noch falsch programmiert war Fuck Ach, Mann Ach, Mann Wie nubig ist das denn, Alter, killst mich, ne, die Schweine Ihr kriegt doch nur Punkte dann beim Entschärfen Da liegt da schon wieder rum Irgendeiner Nein 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 Wie Zu Fick Hölle, konntest du das überleben? Ich weiß es selber nicht Ey, gut, wo? Wo lassen Sie uns? Yo, jetzt könnt ihr aber bitte mal wechseln, ja? Oh, ne, doch nicht Wir haben einen Hunderter bei uns Ist schon gut Hahaha Ja Ah doch, Chi kann wechseln Aber wir müssen gleich den Mieten Wir haben eh noch acht Tickets, doch Aber das lief nicht an mir Ja Patsch, ich höre wir das noch packen Ja, ja, packen können wir das schon noch, ja Sprengen wir den Weg frei, tschüss Guck mal, da Hocke sind Da, genau da Hocke sind Wer sprengt da die ganze Zeit C4 Ich Warum? Weil ich es kann Also stimmt Habe ich ganz vergessen Oh Ey, dieser Ich Der ist voll der Nub Ich own den die ganze Zeit weg Ey Hört auf da zu campen Wer ist denn Lexer jetzt schon wieder? Die haben vier Keine Ahnung Sind sie zu viert? Boah, alter Ja Wuppwuppwuppwuppww Guck hoch Inventure than? Mach ich jetzt mal Seit Ich brauch Zeit für mich jetzt München Wir sinnen Wann die wahrscheinlich bescheuert ist auf dieser Neck? von hinten die brötchen ich war gerade am schießen in den kopf geschossen kann gar nicht sein anscheinend schon ich habe noch eine kritisierte stadt errichtet wer war das ich glaube keiner der anwesende ich bin mit level 37 alter level schneller ja auch so was nicht kann gut sein bleiben wir jetzt hier drin oder wir sollen rausgehen oder wir müssen irgendwie ein team kommen ich glaube so viel zeit habe ich nicht mehr ich glaube leute ich bin weg weil ich muss jetzt erstmal den grillern schmeißen ja hallo hallo zu spät verbände nein das grillen kannst auch während du sitzt weißt du musst den PC so nehmen den Grill stellen und so grillen oder bei so spielen los lauf 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 wie wär's wenn ich einfach den PC grillen das gleicht sich dann auch alles